Guten Tag, ein kleiner Gruß aus der Küche, ein Amesgöll aus dem Studio Buchfunk, wo ich hier für den Argon Verlag das neue Buch von Sibylle Berg einlese, RCE, Hashtag Remote Code Execution, das ist der Nachfolgeroman von Grime, Brain Fuck, und ich bin übrigens Lisa Hirdiner, und das Buch ist absoluter Brain Fuck, wenn das Buch ein Geräusch wäre, wäre es das. Ich finde es großartig geschrieben, es bringt die Synapsen zum Glühen und zeigt auch eine Option auf, wie dieses Schweinesystem gestürzt werden kann durch ein paar Nerds, die sich wahnsinnig gut mit dem Internet auskennen, und es ist einfach der helle Wahnsinn. Willkommen im fortgeschrittenen Jahrtausend. Es würde als Zeit des Wandels in die Geschichtsbücher eingehen, wenn es später noch Bücher geben würde, oder eine Geschichte, oder eine Welt. Draußen schien alles ruhig. Die neue Technologie, der Segen der Menschheit, würde der Ausweg aus Gewalt, Hass, Ungerechtigkeit und Klimakatastrophen sein. Hoffentlich. Nach 200 Jahren Fortschritt, der den Menschen so viel Gutes gebracht hatte, Strom und Wohnung und Konsum gegen Aufstände, war der Planet am Ende und konnte nur durch die Entfernung der Menschen repariert werden. Hier erklingt ein kleiner esoterischer Healing-Song mit Delfinen. Es gab zu viele Leute, die alle etwas wollten. Leben zum Beispiel. Doch das Gefühl des Untergangs war immer vorhanden. So verzweifelt sie auch mit Netzen Plastik aus dem Meer fischten. So sehr sie versuchten, die Tiere, die auf dem Plastik über die Meere krabbelten und wackelten, um in einem neuen Zuhause einen invasiven Job zu erledigen, zu lünchen. Sie versuchten, Mauern gegen die, sagen wir, Natur zu bauen und klonten Tiere, um sie danach beim Aussterben zu beobachten. Der Himmel erleuchtet von Explosionen im All. Da kollidierten chinesische Schallraketen mit den Satelliten, die Milliardäre ins All schossen, um das Internet zu retten, das am Boden zusammenbrach. Das schöne Internet. Die Bevölkerung der westlichen Länder teilte sich in die dicke Mehrheit und die fitte Minderheit, die Dicken, die Adipösen, Diabetiker, herangezüchtet durch all das, was man Nahrung nannte. In Pappkartons lag das Zeug, nicht einmal in Regale mit netter Beleuchtung wurde es geordnet. Der nächste Schritt wäre, den Leuten Zucker, Fett, Hormone und Pestizide einfach in die Venen zu spritzen. Für Konzerne, also Aktionäre, hatte die Wissenschaft erforscht, wie viel Zucker und Fett und Dreck so ein Körper erträgt und wie lange es sich für das Wachstum rentiert, den Organismus am Leben zu erhalten. 760 Milliarden hatten die Aktionäre mit Insulin verdient. Das schöne Geld. All das schöne Geld für die privaten Krankenhausketten. All die armen Leute, die da mit den amputierten Beinen hockten und glaubten, was ihnen von Aufstieg und Glück der kleinen Leute berichtet worden war. Die Kranken, Langsamen, Dummen, die Alten, die Unnützen, die, die es anders gekannt hatten, die vom Krieg erzählten und sich doch darin befanden. Bad News, sie hatten verloren. Der Feind musste nicht einmal kämpfen. Er war einfach durchspaziert. Der neue Mensch. Mit Coding und Fremdsprachenkenntnissen, mit virtuellen Brillen liefen sie gegen Laternen und sagten, ich unterscheide nicht zwischen Leben im Netz und Real Life. Die Fitten, die ihr Humankapital in Form halten, fanden ihr Leben fantastisch. Sie filmten sich beim Fantastisch finden. Sie hatten nichts zu verbergen. Ihre Vorbilder waren Konzernchefs, Milliardäre, Macher, mutige Männer, von denen sie radikalisiert worden waren. Training und Nahkampf, Diät und Orthorexie. Die westlichen Kleinbürgerkörper verformt und kurz vor dem Zusammenbruch. Der Anspruch, zu einem genormten, energiegeladenen, einheitlich funktionierenden, beschäftigten Konsumkörper zu werden. Am Rand des Wahnsinns. Kaum eines mit einem Gefühl, außer ständiger Panik. Und dem Bewusstsein der eigenen Individualität. Jedes mit seiner Identität, seiner Nationalität, Regionalität, seiner Religion und seiner Generation, seinen Vorlieben und Abneigungen gegen den Rest. Da gehörte keines zu irgendwas. Außer zur großen Klasse der Betrogenen, der TagelöhnerInnen, der Armen-SchluckerInnen, der Arbeiterklasse, die sich aber nicht mehr als Klasse verstand, zu der keiner gehören wollte, zu der fast alle gehörten. Sie strengten sich so an, alles richtig zu machen, den Planeten zu retten, zu sparen, auf alles zu verzichten. Aber da war kaum noch etwas, was verzichtbar wäre, außer man stürbe ökologisch. Mit den Resten ihrer Wut, ihrer Verzweiflung angesichts Lebens, das doch nicht einmal mehr ein bisschen Spaß machte, gab es an allen Orten, in allen Ländern immer wieder Aufstände, Demonstrationen, Unruhen, die erfolgreich und mit zunehmender Brutalität niedergeschlagen wurden. Wir nennen es die Schraube anziehen. Einen Halt gab es nicht mehr für die Leute am Rand der sich öffnenden Böden. Sie taumelten, strauchelten, schrien Befehle in ihre smarten Geräte, wenigstens jemandem etwas befehlen, Hauptsache Arbeit, stöhnten sie und schleppten sich in Großraumbüros, in denen sie beschäftigt wurden, mit der Programmierung dessen, was sie unnütz machen würde. Sie digitalisierten bis in den letzten Winkel jeden Bereich des Lebens, vergessend, was wohl passierte, wenn der Strom ausblieb oder die AI wirklich den Verstand aller Menschen übertreffen wollte. AI gestalte eine nachhaltige Welt und Enter. Aber bis es so weit war, lieferten die Verlierer den neuen, programmierenden Berufstätigen das ausgewogene Essen, das von anderen Verlierern zubereitet worden war. Die neuen, schlanken Menschen hatten geschädigte Nerven. Sollten sie nun dauernd Angst haben oder mutig vorangehen? Sollten sie empfindsam ökologisch sein oder wachsam? Man bräuchte einen Neustart. Aber wer sollte das tun? Und was sollte danach kommen? Wogegen sollte man sein und kämpfen und anschreien? Und war nicht jede Zeit den Menschen als die Schrecklichste erschienen? War es nicht immer weitergegangen? Dank der Innovationskraft, der Technologien, des Weltraumes und des Gottes. Immerhin konnten sie noch wählen, die Leute. Zwischen Produkten oder Parteien, die sie mehr oder ein bisschen weniger verwalteten. Sie hatten das Recht, Steuern zu zahlen. Und sie durften sagen, was sie dachten. Und, verdammter Mist, es wusste doch keiner mehr, was er denken sollte. Es war alles zu viel. Zu viel Netz und Hormone. Panik, Adrenalin und Mitteilungen. Dauernd gab es Mitteilungen. Und überall waren es dieselben. Es war die Zeit nach dem Kapitalismus. Der Glaube an Zukunft, Fortschritt, Wohlstand, Urlaubsreisen, die runde Welt, das friedliche Ende, die glückliche Familie, hatte die Menschen zusammengehalten. Lange Zeit. Doch nun glaubte keiner mehr irgendwas. Die unfassbare Menge an realen und gefälschten Informationen, an Schwachsinn, Brutalität und die Geschwindigkeit, mit der die alten Gesellschaftsordnungen verschwanden und durch irgendwas ausgetauscht wurden, versetzten die Bevölkerungen und ihre Organe in permanente Erregung. Der Darm. Ein großes Thema. Gereizt waren sie, die meisten Menschen, durch den Brand in der Amygdala. Das Leben war zu einem Schlachtfeld der Mikroaggressionen geworden, ein Krieg, ausgetragen mit sturmeinsatzfähigen Automobilen, Bikes, Helmen, Masken, Muskeln. Sie handelten kollektiv gegen alles, was ihnen ein Wohlbefinden bereiten könnte, gegen Ruhe, Entspannung und Müßiggang. Sie hatten die Parolen ihrer Geiselnehmer verinnerlicht. Der Wettbewerb. Ich will den Wettbewerb, röchelten sie auf den letzten Metern zum Ziel. Fast jeder unter einer Milliarde Vermögen ahnte, dass es nicht gut enden würde. Mit den Menschen der Welt, dem ganzen Zeug. Aber einen Ausweg wusste keiner. Apropos. In jeder Sekunde multiplizierte sich die Zahl der Bereiche, die digitalisiert wurden. Alle Bereiche des Lebens würden schon bald darauf warten, mit ein paar gut ausgeführten Remote-Code-Executions übernommen zu werden. Soweit zur Theorie. Jetzt geht es richtig los. Also fast. Zwei Jahre und sieben Monate vor dem Ereignis lag Ben, Ethnie irisch, Hobbys, Geheimdienste, Geofencing, Gefährderstufe unbedeutend, Sexualität asexuell, Familienzusammenhang, Eltern mit Alkoholschäden, vermutlich tot, mit dem Gesicht auf der Tastatur seines Rechners. Seine Wut war so groß, dass sie in einem paradoxen Systemkollaps einen Ausweg aus seinem Hirn gesucht hatte. Ben war dabei, eine große Sache aufzudecken. Also wie immer. Seit Jahren war Ben mit der Erforschung der smarten Kriege gegen die Bevölkerungen beschäftigt. Stets war eingetreten, was er irgendwann befürchtet hatte. Dinge, die er kaum jemandem erzählen konnte, seit es die Freunde nicht mehr gab. Sie hätten ihn als raunenden Spinner abgetan, die Leute, wenn er von elektronischen Identitätskarten berichtet hätte, von Massenüberwachung und Manipulation, von einer Renaissance des Feudalismus. Die Technik, die im Moment fast jeden Bereich des Einzelnen ausspähte, sortierte, für den Fall katalogisierte, dass es irgendwann notwendig sein könnte, den Menschen aus dem Verkehr zu ziehen, war aus reiner Profitfreude entstanden. Die Übernahme des Verstandes und der Debatten durch die sozialen Medien, die biometrischen Kameras, die Spionagesoftware, die in fast allen Geräten aktiv war. Eine Mischung aus Absicht und Zufall, aus Kapitalvermehrung und Sehnsucht die Menschheit zu beherrschen, Ordnungssysteme zu schaffen, um das Chaos zu verunmöglichen, das eventuell ausbrechen würde, wenn große Teile der digitalisierten Welt ausfallen würden. Es mehr Überschwemmungen, Hunger, Zuwanderung, Abwanderung, Inflation und Elend gäbe. Gerade war das Internet of Bodies, der große Leuchtturm am Himmel der Monetarisierungsmöglichkeiten, aufgetaucht. In den USA wurde seit einiger Zeit die Bikonisierung schwacher Verkehrsteilnehmer durchgeführt, um sie vor den Gefahren webverbundener Fahrzeuge zu schützen. Es hatte mit Versuchen begonnen, Fahrräder mit Transponder-Beacons zu sichern, die von den Sensoren smarter Autos automatisch erkannt wurden, um die Fahrradfahrenden nicht zu überrollen. Das funktionierte einigermaßen, aber würde Passanten nicht vor den fast autonomen Automobilen schützen, die einem Hack oder Fehler geschuldet immer wieder in weiche Ziele rasten. Inzwischen liefen Versuche, Passanten zu ihrer eigenen Sicherheit RFID-Technologie in Chipform zuzuführen. Eine grobe Technik, die vor ihrem Einsatz schon veraltet war. Denn Ben war überzeugt, dass der Milliardenmarkt der Nanotechnologie bald einsatzfähig wäre. Er hatte eine Reihe von eingetragenen Patenten gefunden, die seine These belegten, dass es bald ein Internet of Bodies geben würde. Die Verbindung von Netz und Körper, um Menschen auszulesen, zu schützen, zu heilen und so weiter, stand kurz vor ihrer Masseneinsatzmöglichkeit. Ben suchte, wie alle die Erregung für Lebendigkeit hielten, ausschließlich Belege, die seine Annahme unterstützten. Zum Beispiel im Patentregister. Es gab Dutzende, die sich als Basis für den Einsatz von Nanobots in Organismen lesen ließen. Das Patent US-9382579B2 zu elektromagnetisch funktionalisierten DNA-slash-Nanopartikelkomplexen zum Beispiel. Oder US-3816709A zu technischen Grundlagen der Authentifizierung und der biologischen Diagnostik. Das Patent US-200201-88470A1 sicherte sich die Rechte an der Möglichkeit, Lebewesen durch zuvor zugeführte Nanopartikel zu identifizieren. Wenn die Nanotechnologie Ingenieure wie Elon Musk in Aufregung versetzte, war die Chance, dass an ihrem kommerziellen Einsatz gearbeitet wurde, sehr groß. Wenn es möglich ist, kleine, von außen gesteuerte Roboter, ein Milliarden Meter groß, mit Wasser oder Nahrung aufzunehmen, sie gezielt im Körper zu bewegen, dann… Ben wurde durch etwas abgelenkt. Wie so oft, wenn er etwas Großem auf der Spur war. Es war eine… Erinnerung. Fünf Jahre vor dem Ereignis Die Freunde waren Ben, Kemal, Maggie, Pavel, Rachel. Mentale Einschränkung, diverse Zwangsstörungen. Krankheitsbild, Schuppenflechte, Sonnenallergie. Hobbys, schlechte Ernährung, Gamen. Technische Kenntnisse, befriedigend. Abneigungen, Marvel-Hater, Faschisten, die da oben. Damals jugendliche Menschen, die sich in Ermangelung von Bekannten im 1.0-Leben, die Freunde nannten. Die Freunde hatten Mitgliederstatuten festgelegt und viel geredet und dabei zu Boden gesehen, um ihren Zuschreibungen als Asperger-Nerds gerecht zu werden. Sie hatten sich über Programmiersprachen, ihre Geräte, Server, Racks, Kryptografie und Lötkolben ausgetauscht und waren im Rahmen ihrer Emotionshemmung erfreut gewesen, dass da andere existierten wie sie. Außenseiter, die sich Kraft ihres Außenseitertums dazu berufen fühlten, für alle Außenseiter zu kämpfen. Sie hatten eine Aufgabe gefunden, die größer war als sie. Die jungen Leute, die stotterten, die anderen nicht in die Augen sehen konnten, die keinen Kontakt zu Artfremden hatten, weil keiner hier eine Ahnung hatte, worüber die anderen Menschen sich unterhielten. Über die 20 Millionen IP-Adressen, die von der Regierung innerhalb der letzten Monate gesperrt worden waren. What the fuck ist eine IP-Adresse? Die Freunde hatten ihren Hackerspace durch eine gezielte Suche gefunden. Ganz wie die Klimamission Grace, die angeblich die schwere Felder der Erde vermessen sollte, hauptsächlich aber nach verschwindenden Wasservorräten Ausschau gehalten hatte, damit im Anschluss Armeen der westlichen Welt in die Orte der südlichen Welt gesendet würden und vorsorglich gegen das Fluchtverhalten von Menschen in wasserlosen Gegenden Stellung beziehen könnten. Genauso hatten die Freunde die Cloud der beliebtesten Fitness-Tracking-App nach interessanten Daten durchsucht und diese Perle am Stadtrand gefunden. Hier joggte keine Sau. Keine Wärmeballung, keine Funknetze. Das hieß, hier gab es keine Überwachungskameras. Das hieß, hier war nichts. Keine Tiere, keine Drohnen. Keine mit Roboterhunden verbundenen Drohnen. Gute Gegend. Da war Ben. Er war bereits 18 und versorgte die Gruppe mit Geld. Er prüfte Unternehmens-IT auf Schwachstellen und versuchte in der freien Zeit, ein dezentralisiertes Netz zu entwickeln, was ihm vermutlich in 50 Jahren gelingen würde. Naja, oder doch nicht, denn er hatte keine zig Millionen zur Verfügung, um einen Rudel-Top-Programmierer an die Aufgabe zu setzen. Er hatte keine Millionen zur Verfügung, weil niemand, der Millionen zur Verfügung hatte, an einem neuen Internet interessiert war. Das Alte arbeitet hervorragend. Da war Maggie, die sehr jung war und mit Menschen Probleme hatte. Also die Menschen hatten Probleme mit ihr, denn Maggie war zu dick und zu uneindeutig, um den sozialen Verabredungen zu entsprechen, die darüber bestimmten, wie ein junges Mädchen auszusehen hatte. Rachel, da in der Ecke, mit dem Bärenohrenplüsch-Overall, war erst 14 und redete nicht gerne. Reden langweilte sie. Sie war auch nicht so gut darin. Sie hatte ständig kalte Finger, an denen sie kaute, und starrte ins Netz. Da war es warm. Da waren Kemal und Pavel, Kinder von irgendwelchen Einwanderern, die in letzter Zeit gehasst wurden, und zwar zu Recht, und zwar, weil sie schuld an der Klimaerwärmung waren und der Privatisierung und der Steuerhinterziehung durch Konten auf den Cayman Islands. RCE Hashtag Remote Code Execution von Sibylle Berg Gelesen von Lisa Hirdina und Torben Kessler Ein Hörbuch des Argon Verlags Gelesen von Sibylle Berg